Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Heute habe ich mir gedacht, wir machen ganz spontan eine kleine Übung, so eine Mini-Meditation, um mal wieder Kraft zu tanken, um Energie in jede deiner Zellen aufzuladen. Und diese Übung kannst du zu jeder Zeit machen, ganz egal, ob im Sitzen stehen oder liegen. Und auch egal, ob drinnen im Haus oder draußen im Freien, in der Sonne zum Beispiel, die lädt jetzt herrlich zur Unterstützung dazu ein. Mein Name ist Sonja Kracke, ich bin Rehabilitationspsychologin. Und im Folgenden werde ich dich jetzt durch diese kleine Übung führen und du kannst sie jetzt schon direkt mit mir gemeinsam einmal machen. Je öfter du sie machst, desto leichter wird es dir fallen, dir diese Übung vorzustellen und sie wieder für dich zu aktivieren und zu nutzen. Also, lass uns beginnen. Wo auch immer du gerade bist, schließe bitte deine Augen. Es ist alles sicher. Bitte mach diese Übung nicht im Auto. Beziehungsweise nur dann, wenn du irgendwo auf dem Parkplatz stehst. Also, schließe bitte deine Augen und komm mit deinem Atem ganz bei dir an. Wenn du magst, versuch, dein Ausatmen etwas länger werden zu lassen als deine Einatemzüge. Dadurch kann sich dein ganzes Nervensystem entspannen. Was auch zur Folge hat, dass sich dein ganzer Körper entspannt. Nimm noch drei letzte Atemzüge. Was auch zur Folge hat, dass sich dein ganzer Körper entspannt. Und nun stell dir einmal vor, wie du so in deinem Sein bist, dass weißes, helles, vielleicht sogar auch gelbes Licht auf dich herabscheint. Falls gerade Sonne um dich herum ist, kannst du die Sonne natürlich gern mit in dein Bild einbeziehen. Spüre einmal die warmen Sonnenstrahlen. Nimm die Farbe wahr. Und stell dir vor, wie du nun mit jedem Einatemzug diese Energie dieses Strahls in dich aufnimmst. Wie diese kraftvolle Energie in dich hineinströmt. Über deinen Atem in deinen ganzen Körper hinein. Von deinem Kopf, über deinen Hals und zum Nacken, in deine Arme und deinen Oberkörper. Bis über die Beine hinunter zu deinen Füßen. Kraftvolle, belebende Energie strömt in deinen Körper, wie von allein hinein. Dein Atem dient lediglich als Unterstützung dafür. Und dann stell dir gleichzeitig vor, wie alles, was du gerade als belastend, als nicht hilfreich für dich, und dein Leben empfindest oder vielleicht auch alles Alte, was noch da ist und dich nun verlassen kann, ganz leicht abfließen kann über den Boden. Stell dir vor, wie du mit jedem Einatemzug kräftigende, neue Energie in dich aufnimmst. Und mit jedem Ausatemzug altes, belastendes, negatives aus dir herausströmt. Und falls noch irgendwo Widerstände sich zeigen sollten, dann lass sie einfach sein. Nimm sie wahr und lass sie sein. Konzentriere dich auf deine Energie, die gerade durch dich hindurch fließt, die du aufnimmst, die du ziehen lässt. Und fülle all die Körperpartien, Körperzellen wieder auf mit neuer, frischer Energie, in denen Altes, Belastendes losgelassen wurde. All dort, wo nun wieder Platz ist, füllst du mit Leichtigkeit diesen Platz mit positiver, kräftigender Energie wieder auf. Und wenn du ausreichend Energie für dich getankt hast, dann kommst du langsam wieder mehr und mehr in den Raum zurück, in das Leben, in dem du dich befindest. Du kannst schon wieder deinen Körper bewegen und immer mehr deinen Körper hier spüren und ganz langsam in deinem Tempo die Augen wieder öffnen. Ich wünsche dir nun noch einen wunderschönen Tag, den du kraftvoll und energiegeladen für dich nutzen kannst, ganz in deinem Sinne. und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen oder wiederhören und wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.